Männliche Leiche wurde erschossen. Ich komme. Der Kaffee schmeckt ja vielleicht scheiße. Die Eintrittswunde sieht nach Großkaliber aus. Bei einem solchen Bums hat man eine kleinere Eintrittswunde und eine so große Austrittswunde. Bums? Bums. Da ist auf jeden Fall was schiefgegangen. Und zwar total. Ja, aber wenn ich eine Frau erschießen will, dann erschieß sicher kein Mann. Stimmt. Ihr geht mir so auf die Nerven. Waffe runter. Schießen Sie! Und was werden wir nichts finden? Dann haben wir vier Verdächtige und keine Beweise. Meine Herren, so langsam kommt Licht ins Dunkel. Sie haben uns angelogen, Herr Schwarz. Ich weiß, was ich versuche. Sie wollen mir den Mord anhängen. Zum Glück haben Sie was Richtiges gelernt. Ich bin ein vorn, aber es war so. Wie ist das? Ich bin ein, was wir jetzt nicht mehr. Ich bin ein, was wir so. Ich bin ein, was wir tun. Vielen Dank.